Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Die Vyro Penta. Endlich kann ich sie euch zeigen. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es offiziell. Da ist die Vyro Penta. So sieht das Ding aus, was die Pfeife kann, was die Pfeife besonders macht, ob sie taugt für das Geld und viele weitere Infos jetzt im Review. Bis zum nächsten Mal. So, die Pfeife habt ihr gesehen. Ich hoffe, die kleinen Cinematics haben euch gefallen. Ich würde sagen, bevor wir weiter zum Review kommen, zeige ich euch nochmal das Unboxing und den Aufbau von der Pfeife und nenne euch da schon mal so ein paar Eckdaten zu der Pfeife. So, Unboxing und Zusammenbau der Vyro Penta. Wir machen den Karton mal auf. Oben haben wir dann nochmal einen kleineren Karton drin, wo die Metallteile drin sind. Ein kleiner Penta Beilegezettel mit dem QR-Code für den Vyro Club. Falls ihr da rein wollt, einfach das Ding scannen. Ein paar Beilegenöppels für die Bowl und der Kohleteller, wo schon die Erhöhung ist. Die dann unten für den nicen Blow-Off. Kopfdichtung mit dabei. Das kommt oben hin, das ist das Blow-Off-Ventil. Die Schlauchanschluss könnte man also eventuell sogar noch anpassen. Dann unten der Schliffanschluss. Diffusor ist mit dabei, der umdrehbar ist. Ein gekürzter Schlauchanschluss, Kopfadapter, Rauchsäule und auch das Tauchrohr. Die werden dann miteinander verschraubt. Das sehen wir gleich. Und hier haben wir das schöne Sleeve bei mir in der weißen Optik. Metallkugeln und Glaskugeln mit dabei. Kann man also wählen. Und die Base, wo dann die Kugeln noch reinkommen. Und auch alles andere miteinander verschraubt wird. Und das Herzstück meiner Meinung nach sehr schön geworden. Die Base-Dichtung haben wir natürlich auch direkt dabei. Wir sehen viele Bohrungen für ein gleichmäßiges, sehr nices Blow-Off. Und unten in der Packung dann natürlich noch die Bowl. Das beste Unboxing-Messer. Die SWG-Zange natürlich mit dabei. Die Bowl-Form sehr, sehr schön. Erinnert an eine andere Bowl, die E.ON das schon mal hatte. In leicht anderem Design. Ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ist gut geworden. Ich habe keine Bläschen drin. Da war jetzt noch ein bisschen Dreck drauf. Meine auf jeden Fall sehr, sehr gut verarbeitet. Habe ich kein Problem mit. Ich nehme die Glaskugeln in der Hoffnung, dass die ein bisschen leichter gehen. Metallkugeln könnten schwerer gehen, fallen aber tendenziell schneller wieder zurück. Da könnt ihr einfach ausprobieren, was euch lieb ist. So, von unten das Tauchrohr-Gegenschrauben mit der Rauchsäule oben. Bei der Rauchsäule oben muss man beachten, dass dann eben nochmal dieses kleine Extrastück mit dem Blow-Off-Ventil draufkommt. Da packt man dann jetzt zuerst noch das Sleeve drüber. Und dann kommt noch das Stück für den Blow-Off, das dann alles miteinander verschraubt und auch das Sleeve schön fixiert hält. Die Pfeife ist dann so ungefähr 40 Zentimeter hoch bis zum Kopfadapter. Also definitiv eine kleine Pfeife. Kostet 135 Euro. Die Sleeves kommen in drei verschiedenen Farben. Erstmal habe ich hier das Weiße genommen und da haben wir noch den Diffusor, den man noch draufschrauben kann. Kann man sich überlegen, wie rum man den draufschraubt. Und dann verschrauben wir noch Kopfadapter und Schliffanschluss mit dem Kohleteller. Übrigens 18,8er Kopfschliff. Das heißt, man könnte, wenn man will, auch noch einen Molassefänger draufpacken. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch mit dem Zusammenbauen. Sehr, sehr simpel. Eine Kleinigkeit, die man beachten muss mit dem Sleeve und dem Blow-Off. Und ansonsten alles relativ normal und relativ easy. So, die Eckdaten zu der Pfeife, das Unboxing und den Aufbau habt ihr gesehen. Auf jeden Fall sehr interessant, dass die Pfeife da insgesamt fünf verschiedene Materialien hat. Also Glas, Metall, Holz, Epoxidharz und Carbon. Alles an dem einen Ding. Deswegen ist Penta eigentlich auch ein ganz passender Name. Und ja, zu dem Rest, Verarbeitung, Rauchverhalten und Co., auch Design, kommen wir jetzt noch. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit der Verarbeitung. Das habt ihr ja schon eben so ein bisschen gesehen. Verarbeitung ist tipptopp. Das heißt, ich habe weder scharfe Kanten am Teller noch irgendwie an der Base irgendwelche Kratzer. Das Glas hat keinerlei Bläschen, die eingeschlossen wurden. Again, Glas Bowls sind meistens handgemacht. Da kann es mal passieren, dass die abweichen. Die können ein bisschen höher sein, ein bisschen kleiner sein, ein bisschen breiter sein, ein bisschen schmaler sein. Da kann ein bisschen mehr Glas drin sein, kann ein bisschen weniger Glas drin sein. Roundabout 500 Milliliter Wasser müssen rein. Das kann, wie gesagt, aber immer variieren. Deswegen sage ich euch eigentlich nicht gerne eine Milliliterzahl, sondern sage euch, macht einfach ein Fingerbreit Wasser übers Tauchrohr. Wenn ihr den Diffusor benutzt, den man ja umdrehen kann und benutzen kann oder nicht benutzen kann, wie man möchte, dann kann man auch ein kleines bisschen weniger Wasser nehmen. Ich muss zum Diffusor aber direkt sagen, der ist gar nicht so krass. Also ich finde, die Pfeife blubbert immer noch ganz gut, auch wenn man den Diffusor benutzt. Nicht so, dass es bei einem Film oder bei Serie, Fernsehgucken, was auch immer, stören würde, aber die ist jetzt definitiv nicht so leise wie viele andere Pfeifen mit dem Diffusor. Aber von der Verarbeitung, von den Gewinden her, von den Schliffen her, sowohl was den Schliff für den Schlauch, als auch den Kopfschliff, als auch den Bowlanschluss und so weiter angeht, alles tip top. Also ich habe wirklich keine Verarbeitungsmängel. Und für 135 Euro finde ich das schon sehr, sehr nice. Also für eine Pfeife, die 135 Euro kostet, ist die Penta schon wirklich sehr schön verarbeitet. Auch die Sleeves haben irgendwie keine scharfen Kanten. Das sieht alles sehr gut aus. Das ist schön glatt, das wurde schön nachbearbeitet. Das Carbon sieht gut aus. Long story short, Verarbeitung von der Vyro Penta ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. So, der nächste Punkt auf unserer Liste, der absolut subjektiv ist, das Design. Ob euch die Pfeife gefällt oder nicht, kann ich euch wohl nicht in einem Review sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass mir die Pfeife am Anfang nicht so gut gefallen hat. Also die Base und die Bowl, super schön. Der Teller ist mega schön, auch mit dieser kleinen Erhöhung, dass da keine Kohle an den Kopfadapter kommen kann. Der gleichzeitig auch noch extra oben diese Wölbung hat, damit unten das Entlüftungssystem so schön funktionieren kann. Mit dieser kleinen Erhöhung am Rand noch. Und die Base finde ich sauschön. Was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, und das ist irgendwie besser geworden mit der Zeit, aber am Anfang fand ich es nicht so schön, ist die Kombination aus Epoxy und Holz und Carbon. Ich glaube, ich hätte mich eher für eins von beiden entschieden, oder für eine von den beiden Varianten. Also entweder komplett Epoxy und Holz oder komplett Carbon. Ich kann auf der anderen Seite aber auch Vyro verstehen, dass sie das nicht wollten. Das gibt es nämlich schon relativ oft. Und da einfach mal was anderes machen, ist eigentlich auch ganz cool. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, irgendwie passt das nicht. Also irgendwie hat es mich nicht so komplett abgeholt. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Vielleicht sagt ihr auch, nee, das ist so wunderschön, wie es ist. Ich fand am Anfang so ein bisschen so, hm. Aber irgendwie ist es mit der Zeit besser geworden. Also wenn ich jetzt die Pfeife sehe, dann habe ich mich sozusagen daran gewöhnt, dass da diese Kombination benutzt wurde. Und mittlerweile finde ich die echt schön. Ich glaube, sie würde mir immer noch besser gefallen, wenn es nur Epoxy und Holz wäre. Oder nur Carbon wäre. Aber ich finde sie auf jeden Fall schön mittlerweile. Und was man natürlich dazu sagen muss, das Ding hat Wechselsleeves. Erstmal kommt sie in drei verschiedenen Farben. Zwei davon habt ihr ja schon in den Cinematics gesehen. Aber das bedeutet, es könnte irgendwann auch noch ein komplettes Carbon oder ein komplettes Epoxy und Holzsleeve kommen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was Vyro noch bringt. So, ein weiteres extrem wichtiges Designfeature habe ich eben schon kurz angesprochen. Den Blow-Off. Ihr habt hier oben diese kleine Erhöhung am Kopfadapter. Die gleichzeitig auf der anderen Seite auch der Rauchfang ist für das Blow-Off. Und wenn ihr dann entlüftet und erstmal das Entlüftungssystem, also Respekt an Vyro, das sieht brachial aus. Also ich kann gar nicht den Finger drauf zeigen, wie man eine Shisha bauen muss, sodass das Blow-Off möglichst krass aussieht. Klar, es muss ein Closed Chamber sein und das haben wir hier auch. Das bringt schon mal sehr viel. Aber dann ist es sehr, sehr schwer zu sagen, was einen krassen Blow-Off ausmacht. Im Sinne von, wie muss eine Pfeife gebaut werden, damit der Blow-Off möglichst brachial aussieht. Vielleicht hat das auch schon ein Hersteller rausgefunden. Ich als Shisha-Reviewer hier weiß es aber eigentlich nicht. Ich kann euch nur sagen, bei der Vyro Panther sieht der Rauch, der da rauskommt beim Blow-Off, einfach brachial aus. Man kann relativ schnell entlüften, dann hat man hier eine dicke Rauchbombe. Oder in einem windstillen Rauch, wenn man nicht so schnell entlüftet, läuft das wie ein wunderschöner Wasserfall an der Rauchsäule über die Base und die Bowl nach unten weg. Ich versuche es euch mal zu zeigen, habe aber eben schon gesehen, dass das bei mir eher ein bisschen abdriftet. Aber wir gucken einfach mal. Also ihr seht schon, bei mir zieht das so ein bisschen nach vorne weg. Sieht trotzdem unglaublich geil aus. In einem windstillen Raum, das sieht so geisteskrank genial aus. Wenn der Rauch hier komplett runterläuft und sich dann noch über die Tischplatte verliert, einfach Zucker. Aber auch wenn man ein bisschen fester entlüftet, das war jetzt relativ sanft entlüftet. Und übrigens, entlüften geht super, super easy. Aber da kommen wir gleich im Rauchverhalten drauf. Ich nehme schon wieder Dinge vorweg. Wir bleiben beim Entlüftungssystem. Ich entlüfte jetzt nochmal ein bisschen fester und dann seht ihr mal, wie sich das komplett verteilt. Und da seht ihr, was ich meine? Das driftet gerade bei mir so ein bisschen nach hier. Normal verteilt sich das schön nach unten. Vielleicht, weil drübens Fenster leicht angekippt ist, weil ich eben Kohle angemacht habe. Also nichtsdestotrotz, das Entlüftungssystem sieht meiner Meinung nach brutal gut aus. Ja, und damit kommen wir schon zu dem wichtigsten Punkt von einem Review. Wie ist das Rauchverhalten von der Pfeife? Weil selbst wenn eine Pfeife gut verarbeitet ist, wenn sie wunderschön aussieht, wenn sie sich nicht nice rauchen lässt, dann ist das Ganze einfach für den Arsch. Deswegen, wie ist das? Durchzug ist sehr nice. Da merkt man auf jeden Fall wieder, dass bei Vyro und Aeon immer ordentlicher Durchzug am Start ist. Und so auch bei der Penta. Auf meiner Skala von 0 gar kein Durchzug bis 10, der beste Durchzug, den ich kenne. Das war damals die alte Ocean Euphoria. Die hatte einfach einen krank brachialen Durchzug. Mittlerweile würde ich sagen, die Edition 4 Lounge ist die Pfeife mit dem besten Durchzug. Und die kommt relativ nah ran. Also für Leute, die einen kranken Durchzug haben wollen, ist die Penta auf jeden Fall sehr gut geeignet. Auf der Skala würde ich sagen, eine 8,5, vielleicht sogar eine 9. Also der Durchzug ist wirklich brachial. Und auch das Entlüften geht wirklich sehr, sehr einfach und sieht geil aus. Also long story short, nochmal kurz zwischendrin. Es ist eine kleine Pfeife. Das heißt, über den Anzug muss man fast nicht reden. Der ist direkt da. Also da hast du nicht das Gefühl, dass sich da irgendwie tausend Wege gesucht werden, bis der Rauch dann endlich mal bei euch ist. Das ist unglaublich direkt. Sehr guter Durchzug. Sehr einfaches Entlüften. Also alle Punkte definitiv abgehakt. Für Leute, die auf Durchzug stehen, ist die Pfeife was. Für Leute, die ein krasses Entlüftungssystem haben wollen, ist die Pfeife was. Verarbeitung haben wir abgehakt. Optik haben wir abgehakt. Und auch Rauchverhalten sehr, sehr nice. Fehlt uns also noch das Fazit. Und beim Fazit muss ich einfach mal sagen, die Hersteller machen es den Reviewern mittlerweile echt nicht gerade einfach. Jetzt gibt es die Breeze 2, die im Vergleich zu der Penta nicht aus Edelstahl ist, dafür aber vier Blow-Off-Systeme hat. Dann gibt es die Division Nano, die auch aus Edelstahl ist und auch den Teller-Blow-Off hat. Aber das Rauchverhalten von der Penta für mich ein müh besser ist. Vor allem Durchzug ist einfach nochmal viel, viel krasser. Das heißt, die drei Pfeifen jetzt in dem direkten Vergleich, die alle jetzt erst rausgekommen sind, würde ich sagen. Die Penta für Leute, die viel Durchzug haben wollen und ein schönes Entlüftungssystem, aber jetzt auch nicht unbedingt super viel mit dem Entlüftungssystem rumspielen wollen. Die Breeze für die Leute, die Abwechslung wollen, die viele Sleeves zur Auswahl haben wollen, die viele Blow-Offs zur Auswahl haben wollen. Und denen es nicht so wichtig ist, dass die Breeze eine POM-Base hat. Again, POM ein bisschen weniger wertig als Edelstahl. Natürlich macht das auf lange Dauer irgendwann einen Unterschied. Ja, aber vielleicht in fünf bis zehn Jahren oder so. Und sind wir mal ehrlich, die wenigsten Leute rauchen zehn Jahre lang dieselbe Pfeife. Von daher finde ich das gar nicht so übel. Aber klar, Edelstahl ist einfach ein bisschen hochwertiger. Macht ein bisschen mehr her, finde ich. Wobei auch POM mit der schwarzen Farbe sehr, sehr nice ist. Also, ihr merkt schon, ich drehe mich da selbst dauernd im Kreis. Es ist sehr, sehr schwer, zwischen diesen drei Pfeifen die beste auszuwählen oder zu sagen, ihr müsst genau die nehmen. Ich würde sagen, überlegt euch, ob ihr die Spielerei von mehreren Blow-Offs haben wollt. Dann müsst ihr zu Breeze gehen. Wollt ihr unbedingt nur einen Teller Blow-Off, dann könnte die Division Nano was für euch sein. Oder sagt ihr, nee, Tellerschliff ist mir unglaublich wichtig, guter Durchzug ist mir unglaublich wichtig und es soll eine Edelstahlpfeife sein. Dann könnte die Penta was für euch sein. Aber um bei dem Fazit zu der Penta zu bleiben. Ich finde die Pfeife sehr gelungen. Ich bin sehr, sehr froh, dass Vyro jetzt eine weitere Pfeife auf dem Markt hat. Wir kannten ja von Vyro bis jetzt nur die Vyro One. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg in die richtige Pfeifenwelt. Die Vyro One ist natürlich eine vollwertige Shisha, aber die Vyro One ist eine Travel-Pfeife. Die würde ich jetzt daheim eigentlich nicht rauchen. Die Penta hingegen auf jeden Fall. Und sie ist auch klein genug, dass man sie easy mal mitnehmen kann. Sie kommt mit einem erschwinglichen Preis von 135 Euro auf den Markt. Passt also alles. Ich rauche die Pfeife gerne. Ich rauche die Pfeife mittlerweile oft. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir gerne eure Gedanken unten in den Kommentaren da. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht es gut. Eure Shisha BG.